Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar gibt es heute das erste Silvester-Unboxing in diesem Jahr. Und zwar ist es ein Unboxing von der Feuerwerksvitrine, unter anderem Sachen von der Sommeraktion. Bevor jemand fragt, ich habe das Ganze mit einer Ausnahmegenehmigung jetzt schon erhalten, deswegen habe ich das wie gesagt jetzt schon bekommen. Das war mal irgendwas von Explode und ja, aufgeschnitten ist es schon, aber ich habe noch nicht reingeschaut. Moment, so, schauen wir mal rein und lassen uns überraschen, was da so schönes alles drin ist. Das ist auf jeden Fall schön gut verpackt, muss ich sagen, ja, das Verpackungsmaterial. Und da haben wir hier schon einige schöne Artikel und zwar hier zuerst China-Böller bzw. Pyro-Cracker von Pyromax. Ein paar sind hier drin. Ich weiß nicht mehr, wie viele es sind. Das sind hier schon mal fünf Päckchen. Dann haben wir hier nochmal fünf Päckchen, also zehn Päckchen von den Pyromax Pyro-Crackern. Dann haben wir hier viele von den Pyro-Partner-A-Böllern mit Bopip-Label hinten noch drauf. Davon haben wir vier, acht, müssten 16 Stück ungefähr sein, also kommt ungefähr hin. Davon haben wir also wie gesagt 16 Stück ungefähr. Dann haben wir hier eine Packung Fifi-Five-Raketen von Pyro-Art. Panda-Mini-Rakete, war eine Sommeraktion runtergesetzt. Davon haben wir eins, zwei, drei, vier Pakete, also vier Päckchen. Oh, das ist wieder richtig schön hier, so Silvester-Feeling hier, das ist schon alles auszupacken, ehrlich. Dann haben wir hier zweimal die Nauti-Screamers von Leslie. Dann Space-Sound-Raketen von Keller, noch mit dem Pinselstrich-Logo, wie es die Vitrine immer gerne nennt. Dann haben wir hier was Schönes, und zwar das Bombetten-Festival von Keller, für 2,20 Euro, glaube ich. Und dafür sind die Bombetten-Batterien ziemlich dick, also ist noch echt ein schönes Set. Ich ärgere mich jetzt gerade ein bisschen, ehrlich gesagt, dass ich mir davon nur ein Set geholt habe. Oh, Entschuldigung. Ja, dann haben wir hier noch zweimal Komet Thunderquacker A, also den Kanonschlag. Kennen bestimmt sehr viele. Wunderschöne Verarbeitung und steinhart, also wirklich, wenn man das hört, super Verarbeitung. Ach, in den Pyroquäckern habe ich hier noch übersehen. Noch einmal Pyroquäcker von Komet mit Pagode-Label, war da noch mit drin. Dann haben wir hier von Fox Feuerwerk die Wespe, 4 Feuervögel einfach. Zweimal hier Leslie Bimbo. Dann haben wir hier Dynamit, Superbölle 1, auch schöne Böller. Sind allerdings für einen Kollegen. Einmal hier Pyroazum-Sum, kennen auch sehr viele. Dann haben wir hier weitere A-Böller von Pyro-Partner. Wir können ja mal einen aufmachen, damit ihr mal seht, wie schön die aussehen. Guckt euch das an. Wunderschöne Verarbeitung. Dann haben wir hier noch weitere Pyroquäcker von Pyro-Max. Und zwar hier nochmal 4, 5. Aber dann haben wir jetzt glaube ich 15 davon. Dann ein paar einzelne Fontänen. Und zweimal die Green Pearl, Gold Glitter und nochmal die Gold Glitter von Niko. Das war auch in der Sommeraktion. Dann haben wir hier zweimal die alten Komet Silvester-Fontänen. Sehr schöne Fontänen. Ja, schöne alte Fontänen, wie gesagt. Sehr schön. Dann haben wir hier etwas sehr Schönes, wie ich finde, von Silberhütte. Die Powerquäcker. Also von Niko Silberhütte. Auch ein sehr schöner Artikel. Dann haben wir hier noch. Auch von Niko. Die Harzer V-Knaller. Die waren übrigens beide auch in der Sommeraktion. Und ich hatte die noch nie, also wollte ich mir mal holen. Für meine Vitrine unter anderem auch. Dann haben wir hier Dreitäckchen. Thunderking von Jorge. Wenn sich jetzt jemand wundert, wie kriege ich 1.3G-Artikel in so einem Karton. Sieht einfach daran, dass ich die ganze Ware bei der Vitrine am Lager abgeholt habe. Also ist hier nichts illegal verschickt worden oder sonst was. Auf jeden Fall hier dreimal Thunderking. Dann haben wir hier noch Hartzack-Knaller aus der Silberhütte. Oder Niko aus der Silberhütte. Die müssen 15 Päckchen sein. Aus dem Grund, da es ja das letzte Jahr ist, wo man die kriegen kann und ich die einfach super finde. Also hier haben wir schon mal 2, 3, 4, 5, 6. Sechs Mal. Sieben. Acht. Zwölf. Wir müssten hier noch 3 Päckchen dementsprechend sein. Und genau hier haben wir noch 3, also 5 Päckchen. Haben wir hier noch vom Keller einmal das große Five-Konzert. Auch ein schöner Artikel noch mit dem alten Keller-Logo. Mal gespannt drauf, was das so kann oder was das überhaupt ist. Das können wir mal aufmachen. Sieht ja schon mal vielversprechend aus. Bin mal gespannt. So sieht das Ganze aus. Einmal das. Firewing einmal von Explode. Dann noch was sehr Schönes und zwar gab das auch in der Sommeraktion die schönen Feistel A-Böller mit Dragon Banger. Und zwar sind das glaube ich 2 verschiedene. Das sind nicht meine leider. Deswegen kann ich die jetzt leider nicht auspacken. Ja, also ein Päckchen nehme ich mir da noch weg. Ein Päckchen war für mich sowas abgemacht. Aber ja, ich lasse die erstmal eingepackt, weil die gehören eigentlich mir nicht. Auf jeden Fall hier 10 Päckchen A-Böller von Feistel. Sehr schön. Dann haben wir noch 2 Schinken und dann war es das leider auch schon wieder. Einmal den Fox China Böller-D Schinken. Und noch etwas Schönes zum Schluss. Etwas sehr, sehr Schönes. Den China Böller-D Schinken von Pyromax. Also Böller von 2005. Sind zwar letztendlich auch von Veko. Wenn man hier ein bisschen genauer hinguckt, dann sieht man auch irgendwo irgendwas mit Eiddorf und so. Hier sieht man ja Eiddorf. Also Veko. Aber sie sind von 2005 und sind noch richtig schön. Und ja, das war jetzt die Bestellung bei der Vitrine für dieses Jahr. Für Silvester 2016, 2017. Dann sehen wir uns gleich nochmal wieder bei einer Gesamtübersicht. So, hier nochmal der kleine Gesamtüberblick. Und zwar haben wir hier nochmal die A-Böller. Ich habe nochmal ein Päckchen aufgemacht. Einfach wunderschön. Dann haben wir hier noch 15 Mal die Ratserknaller. Das Five-Konzert in China. Oder die Schinken von Pyromax. Die ganzen Pyro-Quacker. Arbeiter von Pyro-Partner. Das Cover sieht zwar scheiße aus, aber die Börder, wie gesagt, sind sehr schön. Dann die ganzen Five-Raketen. Thunder King. Und ja, das war meine kleine Bestellung bei der Feuerwehrsvitrine. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, dann danke für Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Haut rein! Und bis dahin. Ciao!